hallo hier ist johannes vom clicktip und ich möchte dir in diesem video gerne zeigen wie du als enterprise kunde deine domain und deinen mail server einrichtet außerdem zeige ich dir wie du ein entsprechendes logo hochladen und verlinken kannst gehen wir also direkt zu domains und den mail server einstellungen dazu klicke ich hier auf mein konto einstellungen und dann domains und hier kommt jetzt dieser dialog und du kannst jetzt zunächst erstmal deine domain eingeben die du haben möchtest zum beispiel hier meine domain habe ich sehe sie schon und klicke dann auf domain hinzufügen hier musst du jetzt einige sekunden warten bis das ganze bei klicktipp angelegt wird jetzt wurde die domain entsprechend bei klicktipp eingetragen zeitgleich bekommst du auch eine e mail in dein postfach mit weiteren hinweisen zur einrichtung aber das zeige ich dir jetzt hier so zunächst fallen hier oben diese beiden meldungen ins auge domain meine domain erfolgreich erstellt okay das können wir jetzt entsprechend weg klicken und die zweite meldung deine versandadressen domain meine domain wurde deaktiviert da die dns einträge nicht korrekt gesetzt sind auch das ist korrekt denn versandadressen in klicktipp sind alle die kim signiert das heißt wir brauchen entsprechende sie name einträge die du siehst du hier unten in deinen dns einstellungen bei deinem hoster und bis die nicht gesetzt sind kann eben auch keine die kim signierte versandadresse angelegt werden und daher wird diese domain erstmal deaktiviert das ist also korrekt können wir aber auch schließen hier an der stelle ja und damit geht es direkt zu dem punkt den alle klicktipp kunden betrifft also nicht nur dich als enterprise kunde sondern alle klickte kunden müssen hier entsprechende sie nehmen einträge setzen bei ihrem hoster und da gibt es zwei möglichkeiten entweder machst du das selber oder gibt es das entsprechend an jemanden weiter der das für dich tun kann dann kannst du hier die anweisung für die konfiguration entsprechend weiterleiten wie du diese einträge genau setzt dafür gibt es einen handbuchbeitrag den zeige ich dir mal eben das ist nämlich dieser hier versandadressen mit die kimsignatur anlegen und den haben wir ganz unten unter diesem beitrag verlinkt das heißt du brauchst einfach nur aufrufen und kurz den schritten folgen das entsprechend einrichten und dann hast du die die einträge schon gesetzt und die erscheinen dann hier grün dann kannst du den zweiten schritt gehen und zwar hier als mail server verwenden hier siehst du jetzt ein entsprechendes eingabeformular da wirst du auch wirklich durchgeführt wenn du hier mit der maus drüber fährst siehst du hier rechts immer entsprechende hinweise und empfehlungen und wichtig ist einfach noch dass du dich entscheidest ob du die dns records von uns setzen lässt und das empfehle ich dir auch wirklich denn unsere spezialisten machen das täglich und dieser service ist inbegriffen du musst also keine zeit dafür verwenden wenn du dich dazu entscheidest klickst du hier einfach auf ja dann ist noch wichtig die entsprechenden zugangsdaten für deinen hoster bereit zu stellen und für den fall dass du das nein ich bin experte ich kann das selber kannst du hier natürlich auch auf nein klicken ja wenn du das alles hier entsprechend ausgefüllt hast dann kannst du hier auf jetzt absenden klicken das mache ich jetzt an der stelle nicht aber wenn du das tust dann bekommen unsere spezialisten eine meldung dass du deinen server entsprechend selber einrichtet oder einrichten lassen möchtest und wenn das abgeschlossen ist bekommst du auch eine e mail von uns das alles abgeschlossen ist und du den mail server verwenden kannst wie das ganze dann aussieht wenn es eingerichtet ist das zeige ich dir jetzt auch mal hier siehst du jetzt einen fertig eingerichteten server das ist hier unsere test domain und du siehst hier ist der status überall auf grün also diese ganzen einträge sind gesetzt der server ist verifiziert bzw die domain ist verifiziert und der mail server aktiviert du kannst ihn also nutzen jetzt möchte ich dir gerne noch zeigen wie du ein eigenes logo hochladen kannst und zwar wird dieses logo überall dort verwendet wo systemseiten erscheinen und normalerweise siehst du da das klickte blogger du kannst aber jetzt hier dein eigenes logo hochladen und das geht ganz einfach und zwar hier unten entweder gibst du eine logo url an wo du dein eigenes logo schon gespeichert hast dann kannst du das hier entsprechend eingeben oder du gehst her und klickst hier auf bild wählen und kannst hier ein entsprechendes logo hochladen ich habe jetzt hier schon ein logo hochgeladen und ich lösche das noch mal zeigt dass noch mal eben wenn auch keins da ist gehst du einfach auf hochladen hier nimmst du dein logo öffnen und dann ist das logo da und dann einmal doppelklicken und schon siehst du dass hier die url entsprechend in das feld rein kopiert wurde jetzt kannst du das logo auch noch verlinken zum beispiel mit dieser seite hier also dann deiner entsprechenden geschäftsseite ja jetzt hast du alle wichtigen schritte hier soweit durchgeführt und der letzte wichtige schritt ist einfach hier auf speichern zu klicken ich wünsche dir jetzt viel erfolg mit enterprise und deinem eigenen mail server ja jetzt